ja hey willkommen mein name ist an die röpe und spiel grüß euch zurück zu let's play king normal stream drop distance der letzten folge haben wir die die das paradies der bösen boben abgeschlossen genau das raster sagen dann das sieht ihr klauschen dann ja und jetzt sind wir hier bei stadt traverse wo neu steht und die kampfstufe auf 20 angehoben ist ja ich habe natürlich die kampfstufe von rico auf level fast 23 gemacht und zora auch damit wir drücken damit ab hier am start haben wir im park beginnen aber was ich vorher noch machen will ist ein paar punkte ausgeben für meine geister traumfänger meine biete da kann man plus damit haben wir das schon mal und das nehmen auch direkt sonst ist ja eigentlich nichts mehr so viel habe ich jetzt nicht gedacht auf jeden Fall alle games dinge ja mal öffnen damit war hoffentlich gute sachen bekommen dafür weil die werden nicht angezeigt hier die ganzen sachen die ich ja noch nicht freigeschallt aber hat sieht riesig aus so meiner an auch wir sind da ein paar dinge zwei paar permanente sachen wir wollen auch ein geheimnis maa hier ist noch nichts permanent was hat denn finalix hier und bedeutet das gibt mir dann ein item oder wat ok so für ihn kann man das thema machen dann haben wir blitz rabitz habe ich aber glaube ich schon denkt aber die sachen er hat noch irgendwann permanente ist genau hilfsfuß weiß nicht mehr genau was das ist aber wird schon das ist permanent deswegen will ich es haben stufe 20 ist er glaube ich sehe ich nicht da du kannst nichts mehr lernen ich möchte mal ich habe schon vitra verdammt und mich zu letztens gefahr ich habe doch bestimmt schon vitra kann ich ja bestimmt kaufen da schauen wir ja da möchte ich gerne haben sondern guck mal ob ich neue sachen herstellen kann ich habe ja viele sachen gefahren nebenbei sieht man da kann diesen frosch herstellen ausgezeichnet zur kairo gerade mal so kann man den erst in der nicht gehen denn ich glaube ich weiß wenn da passt und wird wahrscheinlich nicht passen passt nicht ich wollte den zirka klott nennen der schenkel vor schenkel arbeiten wie nennen wir ihn wir sagen der auto denken kann man bunter gamma weiß ich nicht wenn wir dich wenn man sich einfach so frock warum nicht du drauf hast noch mehr sagen erstellen ich kann sie das pferdchen herstellen ausgezeichnet die kann man nicht erstellen meine bitte gut der siehe in dem wir herrschen ist schon level 18 ausgezeichnete dass je höher wir sind desto höher sind die schon im startlevel hat wenn ich sehr gut im spiel voranschreiben ist so einfacher wird mit den herstellen und mit den hochleveln also hat aber wenn man nicht denn immer dann seepferdchen schubi da was habt ihr alles so mit irgendwelchen geiler losbestimmten komo plus oder ich wusste es so was kommt plus trotz kopf und diese ganzen sachen ballon gaben schattenbrecher das gute sachen bei dem team berichte und so spezialportale glaube ich gemacht er denkt mal versucht ein paar zu machen ist ja nichts besonderes müssen wir einfach nur irgendeine voraussetzung machen wie bei den anderen dingern nur hat ja ein bisschen schräger sind und ja ich möchte auf screen weil es auch ein bisschen nervig die jetzt zu holen man muss jetzt mal neue stürzen und stürzen 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 muss jetzt mal neu stürzen irgendwie ein anderes spezialportal zu machen und es gelungen für drei oder vier stück pro welt da mache ich nicht aus uns gewinnt als viel zu so ist noch gar nicht da ich über den schwachkopf lustig zu machen hm okay Nicht nur das, es weiß, wie zu schmutzten creatures wie es. Sehr powerlte, auch. Die anderen sind auf eine Mission zu stoppen, aber sie brauchen Hilfe. Die anderen? Du meinst Shiki und ihre Freunde? Das ist richtig. Sie haben alle ihre Spielpartners gefunden. Und Shiki ist overfighting in der anderen Traverse-Town. In der Fall, Sora ist helfen ihnen. Gut zu hören. Also, was kann ich machen? In der Fall, der Dream Eater hat sich in der Fountain Plaza zurückgekehrt. Ich schreibe Bede und seine Partner für ihn. Ich bin auf. Riku. Es gibt etwas anderes, was du wissen musst. Diese zwei Traverse-Towns, separiert von dem Portal, ich hatte die Impression, dass sie Parallel Worlds waren. Aber es sieht, dass ich falsch war. Fisch wie? Das ist wo es schwierig ist. Nachdem du und Sora verlassen, Shiki hat die Portal geschlossen, um ihre Spielpartner zu erinnern. Sie hat erinnern, dass die Spielpartner eine Mission-Timer inskribe auf ihren Händen. Also, wenn sie auf der anderen Seite gekommen sind, Shiki hat mehr Zeit auf ihrer Clock als ihre Partner. Und wenn Beat's Partner überraschte von der anderen Seite, sie hat weniger Zeit. So time flows differently here and there? So what? That's true of any two worlds. Their homeworld would be running on a different time axis too. Yes, I understand that. But if these Traverse Towns were parallel worlds, then time would blow the same in both. But it doesn't. Ergo, they are not parallel worlds. You mean there's a past and a future? No. Impossible. The worlds are clearly separate. It's not just time that sets them apart. As you yourself noted, every world flows at its own pace. Which tells me that for all their similarities, these are two distinct worlds. Distinct worlds? Yes. But this is all conjecture. It's like the same world imagined by two people. What does that tell you? That we're in... A dream. Yes. Bravo again, Riku. In which case none of this may matter one bit to me or my friends. But to you and Sora, I think it might be a vital clue. Right. Thanks. So you need me in the plaza? Okay. I'm running out of Bravos. Be right back. Okay. Nochmal hier den Dinger an. Manier sieht, fertig. Dann bedeutet das, dass ich dieses Spazialportal schon habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder stürzen würde, dann wird beim nächsten Mal, wenn ich Riku spiele, das Spazialportal seit. Da müsste ich nochmal stürzen, dann kann ich das Spezialportal machen. Also da ist ein bisschen nervig gemacht. Ähnlich ist das auch bei Sora. Und ja, wenn ich das on-spiel machen würde, dann wird Ewigkeiten dauern. So, ich will mal gucken. Wie lange braucht Vita so ungefähr. Das hat ja wie ein Buff by Sleep und die beiden Fehler sind genau gleich lang. So auflademäßig. Bei Vita halt mich langsam doch ein bisschen wenig. So, es scheint mir ein bisschen langsamer zu sein. Warte mal, ich kann da gucken. Das tut sich genauso schnell wie Luftschlag hat aufladen. Na, gucken wir mal. Das ist ja ein ganz klein bisschen weniger als Luftstaccato aufladen. Das war bei Vita. Ja, guck mal, wir haben alle Schätze hier. Wir haben mal Level 23. Danke. Wir sind jetzt auch ein bisschen stärker hier, deswegen. Ja, vielleicht nicht schaden, das zu erwähnen. Aber wir wollen auch ein bisschen hier weiterkommen. Das ist doch in der Story. Es war ein Frosch. Man hat nicht so eine coole Kochmütze. Aber diese Dinger werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich würde auch ein bisschen länger. Obwohl eigentlich, ich müsste doch machen. Ich möchte mal wieder ins Vorangeholt. Ich habe so ein Gefühl, wir kommen sehr langsam in diesem Spiel voran, was die Story angeht. singt versuchen wir mal ein bisschen mehr schneller durch die gegend zu kommen ich gehe schon da muss ich überhaupt hin wenn man da am bodenplatz hat er doch gesagt so demnächst am bodenplatz ausgezeichnet ich glaube ich muss mit ihm an mir gerade der linkverbindung eingehen aber elefant ich möchte vielleicht erledigen ha sorry Das ist... Sie werden da sitzen und lassen sie in meine Grill? Entschuldigung, es ist nur... Sie zwei sind aus der gleichen Klaut. Ich habe eine Klaut. Sieht aus Holz. Ja. Er hat dich gleich voll am Rad. Ja. Er ist durch mich gekommen. Da! Siehst du? Ich bin ein... Rhyme? Du hast mich nicht nur wieder einen Punk. Hä? Ja. All right. All right. Ready to do this? Yeah? Man, rival handle things here. You go after that thing. Right. Ich habe mich zurück. Ich habe überhaupt zurück. Ja, echt gut. Alleine Regeln. Ja. Es geht mal zurück. Ein bisschen heil. Braucht ich eigentlich nicht, aber... sociology war ich auch komisch drinnen hier schon mal was gelernt habe von dem naja sie sind schon ganz schön die viecher also würde jetzt nicht sagen also mal neue war nicht gesehen mit trotz wie charne klingen auhrer kommen man hatte was auch so ein angriff machen ja okay ist gut und sagt 704 hat wie viele punkte gehen wir uns 500 das ist nicht quantität das ist schon ein bisschen qualität also 500 jetzt ja stimmt ich will ich auch noch kann ich aber nicht glaubt doch kann viele erfahrungspunkte ich bin sehr froh wir schon längst ha 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 und der kapazität hat ja ein der kapazität weniger sehr terror rezept war geil schön ich werde zweifel hatte ich den direkt herstellen kann man kann ja mal gucken wir sind jetzt damit 19 sehr gut nicht die erste also man hat doch mal du kannst jetzt einen physischen aber schon sieben hat warte mal platz oder herrn aus ihm auf vier anrufe werfeuermüller ältere sturz kreiswurf muss schon so ein bisschen gleich sein finde ich was du noch aufsturz habe ich schlag so ein dinge mehr so ein flächenangriff ja hier zu kämpfen wir meine dinge hat meine dinge noch nicht aufgeladen sind vielleicht ein bisschen doof traverso mitte traverso ist da auch ne glaube ich oder nein doch genau getroffen er geht mir 500 erfahrungspunkte also von gefäßchen da hat er schon wieder gemacht hey du hast mir noch unabgeben hat schon wieder einmal der dinge sehr gesenkt ist doch nicht wohl auch ich überhaupt hin das war das dinge war am anfang problem hatten ich habe dich jetzt, das ist meine Straße du musst ihn über die regierung oh nein hey sora, du hast das das ist so leid, jedes Mal wir ihn nach unten Ich weiß, aber wir haben ein Alli auf der anderen Seite. Keine Angst. Ja, aber ich noch nicht mag es. Sie wissen, du bist so ein guter Listener, B. Du bist wie eine Spongebung, wirklich. Me? Ich bin nicht eine Spongebung. Ich bin nur mich. Du meinst, Daisuke no Jo Bito. Hey! Don't use my full name! That's a weird name. Hey! Well, it's time to go. Hey Riku, thanks. Yeah, stay cool. We'll catch up with you soon. Mhm. Say hi to Sora. Sure. Riku, remember what I say. Be careful. If this really is a dream, it's going to lie to you. Try and make you think it's real. I got it. What? I don't got it. You and Sora would break your heads on this one. Wie sehr viele gibt's auch kosten von Zora in diesem Part. Die Frage ist jetzt, ich hoffe wir jetzt noch mit Zora. K.O. Schlag. Ich glaube nicht. Ich kann ja schon mal anfangen. Ja. Also mal mit Travers für dich. Ich bin kürzer Nasch. Naschkapp freigeschaltet. Fällt mir aber ein. Ich hab da keinen shop gefunden. So ne. Wo ist hier irgendwo ein shop. Ich muss mal ganz kurz gucken. Verdammt. Wir können dann gehe ich da. Ähm. 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 Ich glaube da gab's neue Sachen. Um Kaufen. Ich hab da nur neu gesehen jedenfalls. Und schon habe ich noch Zeit sturben. Was hat man noch nicht haben. So. Da gibt's irgendwelche Aura Konter haben alle schon. Neue Rezepte. Ja. Ja. Der Quartier stehen am besten. Immer können. Immer so ne Frage. Okay. Dann gehen wir zurück zur Weltkarte. Gerade im Trikot. Noch dran. Ich tue mir noch ein bisschen lieber. Vorbereitet sind für die nächste Welt. Lohnt sich jetzt nicht noch mal mit Zora anzufangen. Weil wahrscheinlich haben wir direkt mit der Katzen und so was als begrüßt. Aber am nächsten Partizor hat anfangen. Mal lieber hier. Das war. Sie haben eine Trophäe, wenn man ganz viel davon auf einmal trifft. Ja komm. Also im Panther sowieso gleich ein. Aber wir haben nur eins. Okay. Nämlich bei 2,8 über 1,8. So war immer. Aua. 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 kann man lernen im rote wurde geöffnet das kann man auch schon öffnen geil man guckt sich da meine hand mehr ballon gab heute gar nicht egal wahrscheinlich mit rico noch ein bisschen offscreen level mehr so kurz vor level 26 stimmt ja aber ich noch ein bisschen leveln ja bis vor kurz kurz vor 26 und dann machen wir eine nächste folge mit soarbeiter immerhin ja alles neu ist ein paar direkt verbinden sehr terror nebenbei noch ein paar level unsere traumfänger oder wie auch immer die geistens sammeln und ein paar sachen zum herstellen von traumfängern und so muss ich aber noch ein wecker einsetzen gleich gut aber sagen ich bin die part hier und sehen uns in der nächsten folge jetzt der kino maestro hin ob distance ich glaube nicht als zuschauer sagt tschüss bis nächste folge